Was ist die Sitzungskultur? Ich habe für mich festgestellt, dass die Sitzungskultur bei uns im Unternehmen durchaus verbesserungswürdig ist. Ich habe Gremien und Sitzungen abgeschafft, was meine Mitarbeiter mit der Frage quittiert haben, warst du wieder auf einem Seminar? Und im Nachschlag festgestellt haben, was machst du dann mit der ganzen Freizeit, die du jetzt für dich gewinnst? Dann habe ich salopp darauf gesagt, nachdenken oder Urlaub machen. Also entweder oder. Wie wir Budget verstehen, ist es auf einem sehr hohen Level, um zu sagen, was tun wir überhaupt und warum tun wir es. Wir haben einen OE-Prozess hinter uns dieses Jahr gebracht und der hat uns natürlich sehr viele Vorteile gebracht, speziell was die Strukturen, die ganze Ablaufthematik von den Führungskräften, also Management-Führungskräften und Mitarbeitern angeht. Funktionsklarheiten sind hergestellt worden. Und der Verlauf ist immer gleich. Das heißt, es fängt mit irgendetwas an, geht hoch, wird flach. Fenster, Holzfenster, rauf, flach. Und was passiert dann? Spätestens da, wenn das nämlich wieder einknicken anfängt, wird das Ding durch irgendwas, was dann kommt, substituiert. ID, Hardware in dem Fall. Das ist der klassische Verlauf für Prozessoren oder Speicherchips. 4 Kilobyte am Anfang. 16, 4, 60 und so weiter. Denken Sie an unser Komplexitätsbeispiel. Das sind nämlich genau die 4er Basis zufälliger. 4 Kilobyte am Anfang. 5 Kilobyte am Anfang. 6 Kilobyte am Anfang. Untertitelung des ZDF, 2020